hallo zurück hier ein weiterer teil meiner computercraft tutorial reihe ich wurde gebeten einmal zu erklären wie man sich ein schönes menü programmiert also so dass man nicht alles per hand eingeben muss sondern mittels der file tasten auswählen kann was man denn haben möchte ja habe ich gemacht gleich drei verschiedene davon und die zeige ich euch jetzt nach und natürlich stelle ich euch dann das letzte auch zum download bereit also dann schauen wir uns das ganze doch einmal an das erste menü ist sozusagen eine horizontale auswahlmöglichkeit ich habe das jetzt hier einfach mal computer ausschalten ja und nein genannt das heißt hier habt ihr die möglichkeit zwischen zwei variablen hin und her zu schalten kills der file tasten einmal ja und einmal nein und je nachdem was ihr dann anklickt kommt dann ein neuer text der computer schaltet sich aus und er geht auch wirklich aus oder ihr sagt nein dann bleibt der computer an so das ist einmal eine möglichkeit wie man ein ein kleines menü oder eine auswahl bestätigung sozusagen programmiert wie habe ich das denn gemacht so jetzt gut aufpassen jetzt kommt eine ganze menge neues und zwar auch hier ich habe das wieder versucht relativ einfach zu halten ich weiß es gibt auch hier wieder eine ganze menge andere möglichkeiten das zu machen interessiert mich alles nicht ich mache das jetzt einfach so dass ihr das auch alle gut nachvollziehen könnt also dann die funktion habe ich menü neu genannt menü neu deswegen weil ich gleich mehrere menüs zusammengebaut habe ist egal ihr könnt die nennen wie ihr wollt ich habe sie jetzt menü neu genannt so dann eine variable definiert die habe ich l genannt auch die könnt ihr benennen wie ihr wollt das ist im prinzip die auswahl nummer eins die wir gleich treffen werden das ist dann das hier da kommen wir noch zu und jetzt eine endlosschleife und erst mal jetzt gesagt term set cursor position das bedeutet alles das was jetzt geschrieben wird wird in die vierte zeile geschrieben deswegen also hier spalte 1 zeile 4 hier vorne fängt das dann an zu schreiben gleich und was schreibt er nämlich das hier er schreibt ja in einer eckigen klammer und nein als normal dahinter das ist dann l 1 das ist das was ich standardmäßig definiert habe so das bedeutet also wenn l gleich 1 ist dann schreibt er das und wenn l nicht 1 ist dann schreibt er das so wie es hier steht ja und denn die nein in der eckigen klammer so dass es dann aussieht als würden wir zwischen diesen zwei ja und nein hin und her switchen können so wie wechseln wir jetzt zwischen a und b hin und her also zwischen l 1 und l 2 also zwischen ja und nein das machen wir wie folgt wir sagen ihm jetzt bitte warte auf einen tastendruck und zwar habe ich jetzt hier gesagt a und b ist gleich os pull event das bedeutet er wartet jetzt auf eine eingabe von mir die eingabe muss hier a mit einem key also mittels eines tastaturdrucks geschehen also nicht durch ein redstone signal oder ähnliches und b muss folgende folgende zahl enthalten 203 bedeutet das ist die feiltaste nach links und 205 bedeutet das ist die feiltaste nach rechts also wenn ich denn die feiltaste links also 203 drücke und die variable l steht auf 2 also bei nein dann soll bitte die variable l auf 1 geändert werden so dass das so wie hier aussieht auf ja oder andersrum wenn ich nach rechts drücke und die variable stand auf ja also auf l 1 dann soll die variable bitte auf l 2 sprich auf nein geändert werden und dann b 8 und also 28 ist enter oder die returntaste wenn ich also dann das drücke dann unterbricht er diese schleife und macht dann weiter gut gut jetzt habe ich ihm also dann gesagt wenn ich denn dann l 1 gedrückt habe also auf ja dann schreibt er mir bitte der computer schaltet sich nun aus dann wartet dann wartet er für zwei sekunden und dann macht er einen shut down habe ich denn gesagt l 2 also nein dann schreibt er der computer bleibt an er schläft für zwei sekunden und er startet sich neu startet sich deswegen neu klar ihr könnt jetzt auch sagen würde jetzt auch unter ja aber ich habe das ja als start abgespeichert und dann sieht es halt so aus als würde das sich da nicht ändern ihr müsst ja auch nicht hier der computer bleibt anschreiben oder ihr müsst ja auch nicht fragen ob der computer sich ausschaltet sondern ihr könnt ja generell eine abfrage machen ob ihr dann folgendes programm starten wollte ja oder nein das bleibt euch ja überlassen so das war es im prinzip zu dieser funktion die wir hier geschrieben haben so und jetzt noch ganz wichtig wir müssen ein ein table öffnen damit die auswahlmöglichkeiten uns dann gleich angezeigt werden das kommt dann hier also wir machen erst mal den ganzen bildschirm clear mit term clear setzen dann die cursor position auf 1 1 also spalte 1 und zeile 1 alternativ könnte man hier auch shell run clear machen aber die diskussion die führe ich jetzt nicht mehr dann könnt dann könnt ihr schreiben oder ich habe jetzt geschrieben computer ausschalten fragezeichen das ist eben diese auswahl die ganz oben erschien ihr könnt aber auch fragen programm ausführen ja nein oder weil sie nicht licht anschalten ja nein was ihr wollt das ist ja egal gut und dann habe ich hier das ist keine runde klammer das sieht man jetzt nicht so gut das ist die ja diese gebogene klammer local auswahl also auswahl als neue variable definiert dann den table eröffnet das bewirkt letztendlich das dass ich dann oben zwischen dem ja und dem nein hin und her switchen kann und dann die variable l neu benannt mit dem mit der funktion menü neu und der variable auswahl so und das ist dann hier auch eigentlich falsch das sollte auch l heißen dann soll er mir bitte hier print also das was ich jetzt was wir dann hier oben geschrieben haben soll er mir dann auswerten oder aus also schreiben also dann ja nein können wir hin und her schalten ja computer schaltet sich nun aus so ist jetzt ein relativ einfaches horizontales auswahlprogramm geschrieben machen wir das ganze jetzt einmal vertikal und zwar sieht das dann wie folgt aus wir können natürlich auch hier mehrere funktionen oder mehrere programmschritte einführen indem wir jetzt sagen hier wähle dein programm dann hast du die ganzen programme und dann hier die erklärung mit der pfeiltaste hoch oder runter kannst du das auswählen das geht nämlich wie folgt auch hier hoch und runter wir können jetzt auswählen was wir wollen und egal wir nehmen jetzt einfach mal kürbis er startet dann das programm kürbis so wie haben wir das geschrieben das ist gar nicht so viel anders als das programm gerade eben und auch das schauen wir uns jetzt an denn die beiden führe ich ja gleich zusammen nur damit er das auch versteht so ich habe diese funktion jetzt menü genannt die andere hieß ja menü neu also stört euch da nicht dran das könnt ihr benennen wie ihr wollt auch die variablen könnt ihr benennen wie ihr wollt nur das was dahinter steht das sollte schon relativ gleich sein also hier die variabel ich n benannt gerade eben war es l wir wissen es so weiter geht es hier wir sagen jetzt auch wieder während tru ist also dass eine endlos schleife macht bitte das dem bildschirm klar positioniert den kurs auf 1 1 und schreibe jetzt wähle dein programm das ist das was wir gerade oben gesehen haben jetzt setzte den kurs auf die zeile 3 und jetzt das ist ein bisschen anders und zwar schreiben wir jetzt hier für für die auswahl die wir treffen soll dann folgendes passieren der name der auswahl dass es dann das i soll in einer eckigen klammer geschrieben sein wenn das nicht so ist dann soll das nachfolgende also dann soll also es soll immer im prinzip das in der eckigen klammer stehen das was ich mit i ausgewählt habe und alles andere soll dann als ganz normales als ganz normal geschriebenes auftauchen wie wir das gleich schreiben dass das kommt dann noch aber das ist einmal das hier ist ganz wichtig das müssen wir so machen damit wir gleich die möglichkeit haben das unendlich fortzuführen sozusagen gut jetzt habe ich hier noch geschrieben pfeiltaste hoch und runter man das auch weiß gut und auch hier genau wieder das gleiche a und b us pull event wenn a also mittels tastatur eingegeben ist und b folgende variable ist dann soll das geschehen hier noch als kleine info ihr könnt natürlich hinter dieses os pull event könnt ihr noch folgendes schreiben dieses ra ra das bewirkt dass man dieses programm nicht mehr unterbrechen kann also weder mit steuerung er noch steuerung es noch steuerung t das heißt ihr kommt dann aus diesem auswahlprogramm nie wieder raus könnt ihr machen das ist jetzt wenn ihr auf einem server spielt vielleicht ganz gut dann kann keiner so einfach die programme umgehen ich habe es einfach weggelassen das heißt mein programm kann man jetzt immer mit steuerung und t oder so kann man da kann man das unterbrechen ist geschmackssache also ich ich da stört mich doch gerade sehr ich mache einmal kurz den regen aus also wenn a jetzt haben wir gesagt ein tastatur druck ist und b 200 bedeutet pfeiltaste nach oben wenn die pfeiltaste also nach oben gedrückt ist und n größer ist als 1 also die auswahl n ist ja das was wir das sind die programmschritte wenn der beispielsweise bei 2 steht ist er größer als 1 dann zieh bitte von der auswahl 1 ab so dass er dann im prinzip auf der auswahl 1 steht das heißt er ist ein nach oben gesprungen genau der umgedrehte fall wenn ich die pfeiltaste nach unten drücke also die 208 und n ist kleiner als l das ist das was wir oben definiert haben dann macht bitte n plus 1 so und jetzt b 28 ist wieder enter oder die return taste dann unterbricht mir bitte das gut jetzt haben wir hier dann auch noch eben term clear position 1 und gebe mir bitte jetzt die variable n aus das kommt dann hier und jetzt haben wir auch wieder einen table und schon wieder geht der regen an hier haben wir diesen table den ist auch ganz wichtig zu definieren denn hier stehen jetzt alle programme drin die ich auswählen möchte hier könnt ihr jetzt 1 2 3 4 500 oder 1000 ist egal programme reinschreiben das führt sich jetzt unendlich fort das habe ich hier oben nicht beendet ich habe hier kein ende eingefügt das heißt ihr könnt so viele programme eintragen wie ihr wollt ich habe jetzt einfach mal diese sechs stück genommen und dann hier unten wieder die variabel n benannt und dann die funktion menü mit der lokalen variabel optionen und dann soll das wieder ausgegeben werden das ist dann genau das gleiche wie wir in dem anderen programm schon gesehen haben und jetzt sage ich hier das ist auch wieder das gleiche wenn also meine auswahl n gleich 1 ist also wenn die dann bei weizen steht und ich drücke auf enter dann macht bitte folgendes macht den bildschirm klar und schreibe einfach das ist das programm weizen hier könntet ihr jetzt auch zum beispiel das programm weizen wenn ihr denn ein solches hättet starten lassen also mit shell run weizen oder so ja also hier könnt ihr alles mögliche einführen was was jetzt geschehen soll oder wenn halt die variabel auf 2 steht dann machte bitte folgendes das habe ich jetzt für alle mal gemacht relativ simpel einfach nur geschrieben das ist jetzt das programm abc de aber das könnt ihr ja machen wie ihr wollt und dann wird das ganze beendet das führt also dazu dass das so aussieht und dass wir hier war wie variieren können wir können beliebig hoch und runter gehen und irgendein programm starten so schön wäre es jetzt natürlich wenn ich dieses programm mit diesem programm kombinieren könnte so dass man dann jedes mal wenn man hier ein programm ausgewählt hat so eine bestätigung abschicken muss das habe ich auch einmal gemacht und zwar ist es das hier ich habe das einmal hier ein bisschen variiert und zwar licht schalter umlegen also wir sehen licht ist an und wenn ich jetzt auf licht schalter umlegen gebe bist du sicher ja dann wird die auswahl bestätigt und kurz darauf zack wird das licht ausgemacht das ganze kann ich jetzt wieder an machen licht schalter wieder umlegen ja auswahl bestätigt und licht geht wieder an so na also ihr seht hier ist jetzt das zweite programm mit dem ersten programm kombiniert und er fragt mich jetzt bist du wirklich sicher dass du das programm starten willst wir können immer auf nein gehen auswahl abgebrochen und er startet neu oder wir gehen auf ja auswahl bestätigt und dann kommt der bekannte text das ist das programm weizen also ich hoffe euch mit diesem kleinen tutorial geholfen zu haben ich weiß das ist viel neues aber ich denke trotzdem das relativ einfach erklärt zu haben wenn ihr noch fragen haben solltet bitte schreibt mir eine nachricht ich werde versuchen die dann zu beantworten klappt nicht immer aber doch immer öfter und wir müssen mal schauen dass wir das hinkriegen den programm code für dieses programm hier stelle ich euch zur verfügung das ist ja eine kombination aus diesem und aus diesem also dieser programm code den werdet ihr zum download finden ja natürlich dürft ihr das variieren wie ihr wollt ihr könnt das noch schön verpacken irgendwo anders einbauen was ihr damit macht bleibt euch überlassen ich hoffe wie gesagt euch damit geholfen zu haben ja weitere wunsch tutorials jederzeit gerne schreibt mir was ihr sehen wollt ich versuche das umzusetzen also dann bis zum nächsten mal macht's gut tschüss